Hallo, ich bin Lilo. Lilo von YouTube, das ist mein erster Kanal und hier, wo ihr das Video seht, ist mein zweiter Kanal, wo ihr mich mit meinem Hund sehen werdet. Die ersten Videos werden nur mit mir sein, weil wir den Kleiner noch nicht haben, weil er erst letzte Woche auf die Welt gekommen ist. Aber in den ersten paar Videos werde ich euch die ersten Sachen zeigen, die man haben sollte für die Welpen. Ach, das ist kein Sonst. Also ich werde euch zeigen, ja, die grundlegenden Sachen, die man haben sollte, wenn man einen Welpen bekommt. Diese Vorbereitungszeit, das Erste-Hilfe-Set und dann werde ich euch auch sein Zimmer zeigen, weil er hat so ein kleines Zimmer, aber das kommt alles noch in einem extra Video. Und das Licht ist voll komisch. Ich erzähle euch gleich, weil das Video sonst voll zu kurz ist, das hier. Wie alles eigentlich angefangen hat, warum plötzlich ein Hund, also falls mich jemand von dem anderen Kanal kennt, was ich aber nicht glaube. Aber ja, also ich hatte im September meinen 18. Geburtstag und bei uns ist das immer etwas Großes, wenn man erwachsen wird. Und dann bekommt man eben ein teureres Geschenk. Und da ich schon seit 10 Jahren, sicher mehr sogar, jammer, dass ich unbedingt einen Hund haben möchte, haben meine Mutter und mein Bruder sich informiert, wegen Hunden und sind auf die Rasse Shiba Inu gekommen, weil die beide mögen eigentlich gar nicht so recht Hunde, sind eher Katzenmenschen. Dann haben sie eben gesehen, dass der Shiba nicht stinkt, dass er sich eher wie eine Katze verhält, und ja, weil er sich eben putzt. Und das wäre eben ein großer Pluspunkt für den Shiba Inu. Ihr könnt es gerne googeln, ich tue euch einen Link rein. Dann sind sie auf eine Züchterin gekommen, die gleich am nächsten Tag decken gegangen ist. Natürlich ging sich das nicht bis zu meinem Geburtstag aus, weil das im August war. Und da habe ich eben ein Kuvert bekommen mit den Bildern von den zwei Eltern. Also die Züchterin, die hatten das Weibchen, also das Mädchen. Und beide sehr, sehr schöne Eltern. Ich kann euch auch ein Bild zeigen. Das blende ich euch da da ein. Und jetzt am 31.10. ist mein Kleiner auf die Welt gekommen. Und wir wollten von Anfang an einen Rüden haben, weil die eben einfacher sind und wir haben keine Erfahrungen mit Hunden. Und darum, weil ein Mädchen, haben wir gehört, ist komplizierter, also bei der Rasse. Und ja, der Hund und der Züchterin waren mit zwei Babys schwanger. Nur das eine ist leider gestorben und sie mussten einen Kaiserschnitt machen, weil die Babys zu groß waren. Und da, jetzt ist es nur noch ein Welpe, also ein Rüde und das ist meiner. Und sie haben auch eine Livecam aufgestellt, wo ich dann immer jeden Tag Bibibibibibibibisch schaue. Und ja, und wir gehen ihn dann bald besuchen, wo ich wahrscheinlich am Anfang dann auch filmen werde oder euch erklären, wie das dann war und so weiter. Und bringen ihm eine Decke, eine Babydecke, die zeige ich euch alles dann noch in einem extra Video. Und ein Spielzeug, damit, falls, wenn wir ihn dann holen, wir holen ihn dann zwei Tage vor Weihnachten, glaube ich. Ja, ich glaube schon, zwei Tage vor Weihnachten. Da ist er acht Wochen alt. Und wenn wir ihn dann holen, damit er nicht so traurig ist, damit er irgendwas hat, was nach Mami riecht, kriegen wir halt dann die Babydecke wieder mit. Damit er eben das hat, was er kennt, diesen Geruch. Ja, wir holen ihn dann vor Weihnachten. Und das kommt auch noch in einem extra Video mit Stress bei Weihnachten und dann gleich ein Welpen nehmen, ob das gut oder nicht gut ist. Aber das erkläre ich euch alles noch in einem extra Video, wie alle anderen auch. Ja, das war eigentlich so die Geschichte, wie es eigentlich zu dem kam, dass wir einen Hund bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Hund haben werde, solange ich noch zu Hause wohne. Und ja, ich freue mich schon richtig auf ihn. Und bald gehen wir ihn besuchen und dann kommt er eigentlich auch so schnell, wie man gar nicht schauen kann, zu uns. Und das nächste Video werde ich euch zeigen, das Erste-Hilfe-Set, was man da alles braucht. Weil das habe ich auch zu meinem Geburtstag dazu bekommen, an eben die Sets, dann Hunde-Steuer-Gutscheine, dass sie das zahlen. Ja, und dann kommt eben auch ein Video dazu. Und ich habe mich in diesem Video voll viel versprochen und rede irgendwas daher. Also, nicht wundern, ich bin irgendwie voll aufgeregt. Ich kann Videos noch immer nicht drehen, auch auf meinem anderen Kanal. Naja, ich werde euch alles einblenden, also verlinken in der Infobox was. Über Schieber Inus, so Informationen und so weiter. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut euch dann gleich das nächste Video an. Und ich werde jetzt weiter drehen und weiter drehen, weil es gerade so Spaß macht, obwohl ich mich voll aufs Verspreche. Und bevor ich jetzt weiter rede, tschüss.